Ja liebe Leute, da ist natürlich euer Lone Winger. Servus, habe ich dir die Grüße. Ja Leute, natürlich sagt der Lone Winger jetzt erst einmal Dankeschön zu der 1000 Abonnenten-Grenze. Wieder einmal, aber diesmal ist der Viper nicht mehr so dumm. Diesmal lässt er sich auch kein Geschäft mehr ein. Da die Frage war, Mensch Lone Winger, was kommt zum 1000 Abonnenten-Special? Zum 1000 Abonnenten-Special, liebe Leute, geht jetzt auch Lone Winger einen neuen Weg. Das habe ich ja gesagt, dass ich das irgendwann einmal in Angriff nehmen werde. Jetzt haben wir natürlich unseren neuen Monitor, was ich natürlich in Angriff nehmen werde. Jetzt können wir auch mega super top bearbeiten. Denn der Lone Ranger hat sich am Donnerstag das erste Mal ein Greenscreen geleistet. Das heißt, mein Greenscreen ist unterwegs. Dann macht der Lone Ranger Greenscreen aufgenommen. Und dann kommt auch mein 1000 Abonnenten-Special. Wenn der Greenscreen steht, dann können wir auch die ersten Greenscreen Aufnahmen machen. Da freue ich mich natürlich schon mega. Und jetzt, liebe Leute, eine ehrliche Frage an euch. Was ist euch lieber? Lone Ranger oder die Rückkehr der Viper? Ihr dürft entscheiden. Ihr dürft unten in den Kommentaren schreiben. Bis denn.